Um es gleich vorweg zu sagen, Paul Iwitsch ist kein Vegetarier, im Gegenteil, er mag Fleisch sehr gern. Früher hat man Fleisch auch nur einmal die Woche gehabt, Fisch nur einmal die Woche, natürlich aus der wirtschaftlichen Lage hinaus, aber das reicht vollkommen. Und man kann aus Gemüse wunderbare Gerichte zaubern. Die Rezepte dazu gibt es regelmäßig hier bei vitaviel.de. Und Gemüse steht dabei im Mittelpunkt, weil es auf lange Sicht viele Beschwerden lindern kann. Man hat mit den Gurken zum Beispiel, wenn Verstopfung leidet und Gurken täglich zu sich nimmt, das ist ein Heilmittel, eigentlich ein natürliches. Das regt die Darmtätigkeit an und der Darm ist einfach eines der wichtigsten Organe in unserem Organismus. Wenn der gesund ist, dann ist man eigentlich überhaupt gesund. Die Paprika, das was ja Kolumbus anscheinend von Südamerika zu uns gebracht hat, ist ein fantastisches Gemüse. Das regt Herz, die Durchblutung für Herz und Nieren an, beugt Rheuma vor. Also Rheumakranke, die sollten sich einfach gesund und bewusst ernähren, weil das festigt auch das Bindegewebe. Und schlaffes Bindegewebe kommt natürlich auch Rückenschmerzen hervor. Eigentlich mag es verwundern, aber Paul Iwitsch nimmt seine Küchenmannschaft schon mal mit nach draußen. Hier wachsen auch gesunde Zutaten. Beispielsweise ein Geheimtipp von ihm, Bärlauch. Bärlauch ist nach dem Winter, Bärlauch ist sehr gesund, hat Vitamin C und ist blutreinigend. Also gerade nach dem Winter ein super Gemüse. Er hat jetzt Zeit, den kann man sehr gut verarbeiten. Zum Beispiel einen Bärlauchpesto. Das kann man circa zwei bis drei Monate problemlos lagern. Also man kann einen Liter machen und dann jederzeit ein bisschen Salat reingeben, die Suppe damit aromatisieren. Also wilder Bärlauch hat einen leichten Knoblauchgeschmack, also er ist eine gute Alternative auch zu Knoblauch. Denn der große Vorteil für alle Knoblauchfans bei Bärlauch bleibt Nachbarsnase entspannt.